Mein Lieblingsort ist der Park. Ich gehe gerne in den Park spazieren, besonders an schönen Tagen. Der Park hat viele Bäume und Grünflächen. Es gibt einen See und einen Spielplatz. Ich sehe gerne die Enten und Vögel und höre die Vögel singen. Ich treffe mich auch gerne mit Freunden im Park. Wir setzen uns auf eine Bank und unterhalten uns. Ich genieße es auch, im Park zu lesen oder einfach nur die Natur zu beobachten. Ich denke, dass der Park ein Ort ist, an dem man sich entspannen und die Natur genießen kann. Es ist auch ein Ort, an dem man sich mit Freunden und Familie treffen kann. Ich bin dankbar, dass ich einen so schönen Park in meiner Nähe habe.